was ist zu tun wenn das brot zu flach gerät es gibt mehrere möglichkeiten mehrere ursachen der häufigste fehler ist einfach dass der teig zu reif ist bevor er in den ofen geht das heißt die stückgare war viel zu lang entweder hat man sich an die zeit gehalten die im rezept steht dann war der teig zu warm oder die raumtemperatur oder man hat einfach die zeit im rezept ignoriert und den teig länger gehen lassen als er sollte wichtig ist dass er mit knapper gare in den ofen geht also schon angewachsen ist sich aber noch nicht verdoppelt hat damit im ofen noch genügend ofentrieb entstehen kann der zweiteufigste fehler der teig ist zu weich entweder weil das mehlen anderes ist weil es weniger wasser bindet das ist immer ein bisschen ernteabhängig auch und herstellerabhängig oder es ist einfach zu viel wasser reingeraten man hat sich verwogen das kann auch passiert sein